Wo führt das vor allem hin, wenn dann wirklich Krieg ist und mit 10.000 Leuten sterben, geht das dann weiter mit Memes oder wie ist das? Ja, wahrscheinlich so. Oh, habt ihr jetzt nochmal ein Dieb verloren? Drauf heißt an, ja. Ist das an, ist das scheiß an? Ist das an jetzt? Also ich bin drauf. Filmst du schon? Ja. Sag, wenn an ist. Ach, du machst doch heimlich ein Foto und nicht Video. Soll ich jetzt sagen? Okay, sag du. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ohne Bild? Also doch, ein Bild ist immer da. Das ist immer sehr schön. Ein Sammel. Ja. Okay. Sind wir jetzt drauf? Also ist das jetzt schon reingeschnitten? Das ist jetzt das Intro gewesen. Hallo Leute. Ihr merkt, Dinge sind anders. Wir sind sehr viel professioneller als sonst. Das liegt daran, dass Herr Rodes hier, stellvertretend für Tino, seine Expertisen einbringt. Ja, ich erinnere mich noch daran, als du, als wir, wir haben ja schon mal einen Brennpunkt zusammen gemacht ohne Tino und dann war der Backlash groß und da hieß es eigentlich so, nie wieder Brennpunkt ohne Tino. Und jetzt ist er einfach in Urlaub gegangen. Ja. Und hat sich einfach, weißt du, man kann ja wenigstens mal drei Wochen im Voraus aufnehmen oder so, aber dann sowas. Ja, wenn der sich nicht zusammenreißt, dann komme ich mit einem Messerstecher vorbei und dann gibt es nie wieder Tino ohne Brennpunkt oder so. Ah. Irgendwelche Rapper sehen aus wie kleine Messerstecher. Das stimmt auch. Hallo Leute. Na, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunktinternet. Puttumkast. Schön, dass ihr hier euch zusammengefunden habt. Was? Ich bin ein bisschen krank und ein bisschen müde und du bist? Auch da. Okay. Ähnlich wie das Grundgesetz. Nee, die Menschenwürde. Menschenwürde. Ja, großartig. Also, dass Herr Rodes jetzt hier eingesprungen ist, ist relativ spontan, wird aber wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen auch nochmal passieren. Ja. Denn Tino gönnt sich Auszeit generell von vielen Dingen. Vom Leben zum Beispiel, Winterschlaf, was man so macht. So, ich dachte, Auszeit vom Leben, dass es jetzt wieder in so eine suizidäre Richtung geht. Ja. Der bringt sich um und macht dann Jesus, aber hat sich vertan. Der macht halt drei Wochen statt drei Tage. Und hat sich Weihnachten statt Ostern. Ja. Der hat sich wieder nichts mit der Bibel auseinandergesetzt. Mann. Nein, Leute, das ist ein wichtiges Thema. Es gibt irgendeine so eine Nummer, die ihr da anrufen könnt. Also, macht das. Ja. Die Bibelnummer. Ja, und deswegen ist Herr Rodes ja eingesprungen. Ich weiß ja gar nicht, ob du in irgendeiner Form vorbereitet bist. Musst ja nicht, ja. Du bist ja hier, du bist ja Special Guest. Die Woche nach Nikolaus ist ja jetzt auch nichts so viel Relevantes passiert. Also, ich glaube nicht, dass wir heute lange brauchen werden. Aber ich werde nächste Woche, wenn ich jetzt wirklich, wenn ich nächste Woche wieder nochmal dran sein soll, dann werde ich die Woche aufpassen, was so alles in den News passiert und mir das so ein bisschen merken. Und dann kann ich nächste Woche mal vorbereitet kommen, weil bisher kam ich immer so als Gast und habe die mal Theben genannt. Da habe ich immer gesagt, ja, okay, da habe ich jetzt so die Meinung dazu. Aber so richtig vorbereitet war ich noch nie. Das wäre dann mal was Neues. Ja. Egal. Wir kommen hier zurecht. Ich habe genug Notizen für uns beide zusammen. Und wenn du gerade Nikolaus angesprochen hast, dann gehe ich jetzt einfach mal auf die erste Sache ein, die direkt am Nikolaustag passiert ist. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Belgien. Fuck Luxemburg. Dieses Land daneben an. War das das, wo die in diesen Weihnachtsmarkt reisen? Ja, genau das. Das ist ja so bescheuert. Die hatten es so bitter nötig, endlich mal schönen Lebkuchen oder was weiß ich, Glühwein in sich reinzuschlürfen. Mich hat das so ein bisschen an Mauerfall erinnert, ne, 1982. Ja. Ich weiß auch, ich glaube auf diesem Luxemburger Weihnachtsmarkt war auch Schießbefehl. Also das war auch wirklich haarscharf und es gab ja auch Tränen und Leute haben ihre Familie nach Jahren zum ersten Mal wieder gesehen, ihre Ungeimpften und weiß ich nicht. Also das war für mich ganz, ganz schön zu sehen, diese Bilder. Durchaus. Das war kein Bollwerk gegen Corona an diesem Abend. Also es ist wirklich wie so eine Szene aus einem x-beliebigen Zombie-Film. Wie da so eine, also die haben ja auch so ein Zelt da aufgestellt, was so wirkt wie so ein Quarantäne-Zelt, aber es ist halt einfach nur, was ich hier nicht einkarte. Kontroll-Dings, ja. Ja, also hier, okay, App raus, okay, rein. Und die stürmen da rein, dieses Zelt bricht fast zusammen, wie sie da durchwalzen, nur um dann halt auf den scheiß Weihnachtsmarkt zu gehen. Das ist schon echt irgendwie sehr, sehr bitter. Es war ein symbolischer Akt. Ja, Freiheit. Da fehlt nur blaue Farbe im Gesicht, das kennst du wieder nicht, ne. Hier Braveheart und so, der so Freedom schreit. Egal. Aber nicht der, der mit diesem Biber auf dem Kopf, der hier Freiheit am 6. Januar gemacht hat. Nee, um den kann es heute auf jeden Fall auch nochmal gehen. Oh, geil, der ist witzig. Ja, da gibt es, glaube ich, äh, nee, ja, sprich. Es sind schon gut affige Bilder, ähm, über, also, ne, wir haben, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren alles gesehen. Na, da könnte man auch was kommen. Fügt dem, was wir bereits kennen, à la Sturm auf den Reichstag, jetzt nicht so viel hinzu, aber, mhm. Du, du, du hast es gesagt, deine Bemerkung war ja, ja, was ist jetzt eigentlich, wenn irgendwann mal wirklich was ist? Wenn wirklich irgendwie Wasserknappheit ist oder so, dann sehen die Bilder nochmal deutlich anders aus. Ja, dann sind die ja Fakt. Naja, aber, äh, das war ja nur Luxemburg. Luxemburg, das hat ja irgendwie, weiß ich nicht, das hat ja nur zwei Einwohner, das interessiert ja keinen. Und drei davon sind auf diesen Weihnachtsmarkt gestürmt. Aber ey, haben wir schon mal einen Brennpunkt Luxemburg gehabt? Nee. So. Woche ist auf jeden Fall eine Sieben. Ja. Ja, wenn du von diesem Typen redest, da holen wir das doch mal direkt vor, weil das ist für mich gerade das Allerneueste. Gestern. Immer nur Amerika. Ja, ich muss ganz kurz hier einwerfen. Ja, gestern ist ein, naja, es ist nicht geleakt worden, sondern es gibt halt so eine, so eine Kommission, die sich mit diesem Event auseinandersetzt, mit dem Sturm da auf den, aufs Kapitol. Was ja jetzt auch schon fast ein Jahr her ist, insane. Und, ähm, die haben jetzt herausgefunden, dass es eine PowerPoint-Präsentation gab, die einen Tag vorher gemacht wurde. Und dann so Trump vorgelegt. Und ich hab die mir viermal angeguckt. Ach so, ich dachte, diese Stürme haben untereinander eine PowerPoint gemacht, wie sie das vorbereiten. Ja, hier geht es dann rein. So, und dann werden wir folgende Punkte abarbeiten, hineinstürmen, diesen komischen Tisch da mitnehmen. Ja, ja, das Pult klauen. Genau, das meinte ich. Das ist ganz wichtig. Ja, ich kann dir das ja mal parallel hier im Discord schicken, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt. Dieses Mal sind wir leider nur im Discord zusammen, aber nächstes Mal wahrscheinlich in person. Das wird alles besser. Wayback Machine. Ja, ja, das ist runtergenommen worden, das originale Ding. Aber ich hab auch das schon vorher gesehen, als es noch nicht runtergenommen wurde. Und also ich habe das, ich kann es auch, ich vergesse es eh wieder, aber ich kann es auch in die Beschreibung vom Brennpunkt hauen. Ich habe mir das so oft angeguckt und konnte nicht glauben, dass hochrangige, erwachsene Menschen im Weißen Haus, die wahrscheinlich hohe Beträge für sowas bekommen, so eine Art Präsentation zusammenschustern. Never ever ist das legit. Ich habe mir das alles angeguckt, die offiziellen Newsquellen verlinken auch darauf. Ich möchte nur ganz kurz Folie 4, ein abfotografierter Screenshot von einem Fernsehbildschirm. Ja. Ah ja. Und wenn du das so durchscrollst, da ist ganz oft so, also schwarz und so gelb hinterlegt, ganz groß Trump wins. Das ist alles so absurd. Hier zum Beispiel 28. 28 und 29 direkt auch nochmal. Mit zwei Ausrufezeichen. Es ist so surreal. Das ist wirklich wieder mal eine Parodie auf eine PowerPoint-Präsentation, ne? Ja, und weiter unten dann hier, äh, Made in China steht halt auf so einer Box drauf und dann The Election 2020, Made in China und dann The End. Das ist so absurd. Trump wins, Trump wins. Oh je, das wird auf jeden Fall sowas von nicht in die Videobeschreibung gepackt. Ja. Ja, ich, ich mache mir eine Erinnerung für Sonntag um elf, dass ich mir das da rein haue. Man kann ja hier, äh, Schedule. Ja, geil, oder? Großartig. Ich habe, also ohne Spaß, das wurde halt so verlinkt und ich gucke es mir das erste Mal an und denke, ja, okay, guter Witz, so. Und dann gucke ich öfter und dann wird das wieder verlinkt. Okay. Okay, hä? What? Das ist das wirklich? Im fucking weißen Haus, weißt du, als Kind hast du da immer so Respekt vorgehabt. Ja. Das weiße Haus und die Air Force One und was die da alles haben. Ja. Groß. Sehr, sehr groß. Gut. Also ich vermisse bei aller, bei aller Lustigkeit die ganze Trump-Zeit, die vermisse ich irgendwie gar nicht so. Und wenn ich den, 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 den Typen mal wieder irgendwie sehe, dann denke ich so, ah ne, komm, hat gereicht. Durchaus. Also es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass der 2024 nochmal gewinnt, also vermisse es mal nicht zu hart. Bis dahin vermisse ich es wieder, aber zum Thema eine alte Regierung nicht vermissen. Oha, ja. Die Meldung der Woche. Was ist denn da spontan passiert? Er wurde ernannt. Wir haben endlich einen neuen Bundesgesundheitsminister. Oh ja. Und meine Fresse, der hat ja eine viel geilere Attitüde. Aus, wir werden uns viel zu verzeihen haben, wird, wir machen das Coronavirus jetzt in kürzester Zeit platt. Ich hab die Schnauze voll. Okay. Hast du denn auch die Reaktion von Herrn Newstime auf das Ernennen von Karl Lauterbach gesehen? Äh, nee, hat er geweint? Der, der ist halt richtig durchgedreht. Oh Gott. Also im Positiven. Und ich weiß gar nicht, warum er das live gestreamt hat, aber ich hab da einen Ausschnitt gesehen und er, er dreht richtig frei. Also wirklich, als hätte er ja gerade einen Oscar gewonnen oder so. Das ist richtig großartig. Naja, ich weiß nicht, ob im Oscar und im Ministerium deutsches gleich viel wert ist, ungefähr. Ja. Aber man kann sagen, der hat sich ganz schön das Zeug gelegt, der Herr Lauterbach. Das ist schon wahr. Aber ich hatte an dem Tag halt Ausschlafietag und ich machte halt mein Telefon an und da hieß es schon hier Lauterbach, Lauterbach. Und dann hab ich's nur nachgeguckt und da wusste ich's ja schon. Aber diese Szene ist schon witzig, wie er da völlig verwirrt irgendwie, also Scholz sagt ja dann hier, er wird es. Und dann kommt der irgendwie völlig verwirrt aus diesem Vorhang raus. So, als wäre der gerade irgendwie, müsste der auch gleich wieder weitererzählt kurz, dass Corona irgendwie schlecht ist und steht da irgendwie auch ganz komisch auf halb fünf. Leute, übrigens, Corona ist schlecht. Ich hab dir das mal geschickt von Herrn Newstime, es ist einfach herzerwärmend. Soll ich kopieren? Das kannst du dir mal einpflegen. Okay, dann. Weißt du nicht, ob du eine ähnliche Reaktion hattest? Ich frag mich ja, was unsere gemeinsame Oma jetzt mit ihrer Zeit machen soll, wenn sie nicht mehr über Jens Spahn wettern kann. Das hab ich gehört, ja. Ich hab Kopfhörer auf. Ich hör nie wieder, was du spackst. Ja. Großer Fan. Also ich hör das jetzt einfach mal live. Müsst ihr euch jetzt vorstellen? Da sieht man, Herr Newstime. Oh Gott, was ist das? Er schreit halt übelst laut, Alter. Ich hör das Wort. Ja. Oh, ist das bescheuert. Okay, gut. Hab ich gehört. Hattest du eine ähnliche Reaktion? Äh, also ich muss sagen, vor zwei Tagen, bevor er ernannt wird, hat er schon in der Talkshow so gegrinst. Der Herr Lauter war heute so, ja, ich sag das nicht und wir werden das entscheiden. Und dann hat er so ein Stück schon so gegrinst. Und da dachte ich so, ah, wahrscheinlich. Und die hat mich dann auch gefreut. Aber ich hab mich viel mehr nachher gefreut, wo er dann die ersten Reden uns so gehalten hat, dass es halt auch wirklich gut klang und auch erfreulich klang. Ich bin über die aktuelle Regierung so zufrieden, dass es mich so ein bisschen wieder verunsichert. Weil ich denke, Alter, was ist dieses Gefühl? Oh Gott. Ja, nicht, dass das jetzt irgendwie, die versprechen jetzt viel und das klingt alles viel zu gut, um wahr zu sein. Im Übrigen erinnert mich der Newstime ein kleines bisschen an einen Gute-Laune-Typ, wenn mal wieder ein Spiel angekündigt wird, was er sich, auch bei E3, was er sich gerne holen möchte. Oder wenn mal wieder eine Frau in einem Videospiel eine Brust hat. Oder dann, nein. Aber der Gute-Laune-Typ wird ja auch immer sehr emotional. Und ich weiß nicht, ob der Newstime später noch geweint hat. Keine Ahnung. Ich kenne den Ausschnitt. Ja. Was wollte ich denn sagen? Ich hatte gerade was richtig Gutes. Schade. Ach so, Lauterbach bei Schickrömer kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Kennst du nicht? Gut. Bei wem? Schickrömer. Das ist eine Sendung von Kurt Krömer. Ah, okay. Und der lädt sich da immer Leute ein, die er hasst und mit denen er gut befreundet ist. Und er sagt aber nicht, wer was ist. Und dann ist das immer gut. Okay, kannst du mir im Anschluss gerne schicken. Ich kann es auch jetzt gucken, aber ich vermute, das ist halt lang. Nee, das ist lang, ja. Okay. Aber es ist schon interessant, dass wir hier, also dass so viel passiert ist, was die Regierung angeht, aber wir hier hauptsächlich über Lauterbach reden. Ja. Was du wahrscheinlich nicht gehört hast, ist, dass ja jetzt unsere gemeinsame Oma so ein bisschen traurig ist. Weil Jens Spahn, der Flachwichser, da kann es sich jetzt nicht mehr so aufregen, ihre Worte. Ist, äh, naja, der Luschet-Laschet, ne, kann es jetzt auch nicht mehr. Ja, ja. Nee, aber was du eben meintest mit der Regierung, auch dieses Video von Habeck, was ich dir geschickt hatte. Das ist so groß. Ich muss mal den ganzen Beitrag gucken. Ich habe jetzt nur diesen Ausschnitt gesehen, wo er sich halt die ganze Zeit drüber echauffiert, dass das voll anstrengend ist und dass er seine Frau von Sätlich ohne Scheiß. Ja, aber ich meine, ich finde es trotzdem irgendwie, also das ist so relatable und das wirkt halt schon dann eher wie ein Typ, der das halt macht, weil er denkt, es ist wichtig, dass er es macht und nicht, weil er so richtig machtgeil jetzt ist, weißt du wie? Also, das ist ja eh so ein Ding, dass, ich weiß nicht, wer war das, Plato oder so, der meinte, machthabende Leute sollten die sein, die keinen Bock drauf haben und dann funktioniert es auch. So wirkt das ein bisschen auf mich und das fand ich immerhin ganz nice. Auf der anderen Seite wäre es gut, er wirkt dann fucking depressiv. Also, es ist ganz finster. Es wäre schon gut, wenn er vier Jahre durchhält. Ja. Ja, ich habe meine Frau jetzt auch nicht gesehen, die will das nicht mitbekommen, wie ich hier zugrunde gehe mit meinem Wassermüsli. Schon ordentlich. Ist das ein Deepfake oder hat der Jetlag, war deine Frage? Ja, kann ja sein, dass er die ersten paar Tage irgendwie dann das voll viel ist und so und das irgendwie voll wenig gepennt hat und erstmal reinkommen muss, was ich halt eher glaube, weil wenn er die ganze Zeit so drauf ist, dann wird er das nicht mehr vier Jahre durchhalten. Ja. Ja, das ist unsere Regierung. Jetzt haben wir nicht ein Wort über Scholz verloren, aber was gibt es da auch zu sagen, ne? Ja. Ich habe live gesehen, wie er hier, äh, ich schwöre gesagt hat oder so. Ja, irgendwas hat er gesagt hier gegen die Gemeinschaft, aber ich weiß nicht, ja, ich glaube ich verquatsch, aber vielleicht auch nicht. Die Frau hat dann danach gesagt, ich nehme zur Kenntnis, dass Herr Scholz das gerade gesagt hat, das fand ich auch nochmal irgendwie dumm, aber das ist ja alles, das muss ja alles so förmlich sein. Die Frau Bundestagspräsidentin? Na, die steht halt vor ihm. Ja, okay. Er sagt dir das ins Gesicht und dann sagt sie, ich habe das gerade verstanden. Du hast die Kenntnis genommen, ich habe nicht geschlafen. Ja. Hört auch so, oh, ich habe gar nicht aufgepasst, kannst du es nochmal vorlesen? Ja. Ja, und da haben wir ja die neue Regierung, jetzt werden wir mal schauen, was das wird. Corona ist jetzt quasi in der Woche vorbei. Nö, nicht in der Woche, aber es wird jetzt sukzessive in den Hintern getreten und zwar mit mehr als einem Brücken-Lockdown. Kann ich mich noch daran erinnern? Mark sukzessive Berg ist auch ein Thema hier. Okay. Na, dann Überleitung. Ja, weiß ich nicht ganz. Ich habe leider erst das halbe Video gesehen, da gab es wieder so ein großes Ding vom ZDF-Mega-Magazin, wollte ich jetzt schon sagen. Magazin Royale über Facebook hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Nö. Aber ich dachte mir, dass das diese ganzen Skandale, die die letzten Monate da hochgekocht sind, vielleicht so ein bisschen zusammenfasst. Es hat bloß die Sammeldaten. Ja. Und die verwenden die auch. Ah! Ne, aber was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist, dass es irgendwie so Kartelle gibt und irgendwelche Frauenverkaufsdinger, die über Facebook und auch Instagram agieren, über Hashtags. Ach so? Also auch jetzt aktuell noch. Hey, wo kaufst du denn deine Frauen? Na, Ebay, dachte ich. Ach so, aber Ebay, altmodisch. Ja, aber benutzt gibt halt Rabatt, deswegen. Ach so, ja gut. Also, das dann so mit drauf bieten und machst ein Angebot. Also Leute, die auf Facebook sind, sind ja nur noch auf Facebook, weil die da Frauen verkaufen und ankaufen halt. Ja. Aber ich kenne jetzt auch keinen, der auf Facebook ist. Naja. Ich gehe auch immer nur auf Facebook, wenn ich mal wieder so ein Enthauptungsvideo sehen will oder so. Uff. Hart. Naja, das gab ja auch vor vier Wochen oder so. Auch so eine Whistleblowerin, die da meinte, ja, ich arbeite hier in der Abteilung, die sich tagtäglich diese Videos angucken muss, um die zu bannen und zu löschen und so. Also, dass diese Leute halt jeden Tag das sehen und eigentlich gar keine psychische Betreuung haben und dass sie komplett fertig sind, weil die halt wirklich acht Stunden lang nur so Schmutz angucken müssen. Geil. Ich muss zugeben, ich muss zugeben, ich bin da richtig schlecht drin. Also, ich komme mit, ich komme schon mit. Den Schmutz angucken. Ja, ich komme mit Gore überhaupt nicht zurecht. Also, kein bisschen. Das hängt mir tagelang nach und ich denke dann noch drüber nach und so. Also, es gibt ja Leute, es gab ja diese, ähm, ja, die Dame, die, äh, diese, war das Funk? Ich weiß gar nicht. So eine, so eine mit fettigen Haaren, die über Program berichtet hat. Äh, keine Ahnung, bestimmt, ja, kann sein. Genau, und dann gibt es ja auch Leute, die das halt ganz gerne angucken und die sollten da, denke ich mal, auch arbeiten dann. Macht ja auch Sinn, Hobby zum Beruf machen. Nicht hier, die damit psychisch nicht zurechtkommen. Diese ganzen Kartelleute, dass die einfach bei Facebook anfangen. Wenn die dann in Rente gehen, statt zu enthaupten, einfach nur noch angucken. Ah ja, ja doch, ja. Mhm. Ja, und, äh, Program, aber das ist ja nicht nur Gore, oder? Ja, das wurde in dieser Doku ja auch völlig bescheuert dargestellt, aber das ist ja schon eine alte Kamelle und hat nichts mehr mit letzter Woche zu tun. Ach so. Also können wir festhalten, du hast das Video nicht fertig gesehen. Ich hatte leider die Zeit jetzt nicht mehr vorher, aber... Facebook ist, äh, nicht so gut unterm Strich, glaube ich. Ja, ich meide das auch, also Facebook, beziehungsweise Meta nutze ich ja wirklich nur nach WhatsApp für Leute, die kein Telegram nutzen. Mhm. Leider. Ja, das ist ja auch... Ich weiß halt echt nicht, ob ich heute so dieses Patreon-Oasen-Ding gemacht hätte mit dem aktuellen Telegram-Ruf. So, ey, ja, ich habe jetzt auch so eine Telegram-Gruppe. Das ist echt dumm. Also... Telegram-Telegram ging ja, glaube ich, steil, als WhatsApp an Facebook gegangen ist, ne? Durchaus auch, ja. Ich meine nur, dass Telegram halt jetzt dadurch natürlich diese ganzen Leute angelockt hat. Ja, und jetzt ist es halt Querdenker, ne? Und so ein Scheiß. Ja, das ist halt dumm. Ja, klar. Also nicht nur. Wir stehen da ja inzwischen drüber, ne? Wir wissen ja, dass Telegram mehr ist und dass es jetzt in den Medien nur als das gesehen wird. Aber wir wissen das ja. Also ich würde mal sagen, unsere Oase, ja, also die Telegram-Gruppe Nostera Wohlfühl-Oase, die ist ein Bollwerk gegen Impfgegner. Ja. Wir machen den Ruf alleine wieder kaputt. Ganz. Von Telegram. Nun. Das war das. Drei Dollar, Patreon und man kommt in die Oase. So, jetzt war das das. Danke. So. Ich glaube, für uns beide könnte so ein richtig großes, relevantes Thema ein neuer YouTube-Beef sein, der gar nicht so neu ist. Hast du das neue Video von Mimi gesehen? Der große Leak. Welchen meinst du? Welches neue Video? Das von gestern habe ich geguckt, ja. Leon Machère versucht mich sperren zu lassen. Ja, habe ich geguckt. Ja. Das ist so eine Sache, oder? Das so ein offenes Ende hat von wegen, ja, okay, dann erzähle ich halt nicht, was du mit achtjährigen Jungs getrieben hast. Also, ganz ehrlich, das fand ich richtig Panne. Also, den Moment fand ich richtig Panne. Das war so richtig so, ich habe so viele Sachen noch, die sage ich nicht. Also, in Richtung Leon fand ich das dumm, in Richtung Zuschauer noch dümmer. Nein, das ist dieses, jetzt sollen alle schreiben, hey, wir wollen das doch sehen. Ja, ja, okay, ihr wollt es doch sehen. Ja, also, natürlich soll das irgendwie, wenn er das so sagt, ey, was hat ein Leon mit achtjährigen thailändischen Jungs gemacht? Das wollen wir jetzt vielleicht doch wissen. Aber, also, wenn das wirklich so krass strafrechtlich relevant wäre, würde er wahrscheinlich da nicht ein Video drüber machen, sondern es zur Polizei bringen. Also, ich glaube, das war wieder unmoralischer Shit, aber darüber hinaus vielleicht nicht so relevant. Ja, aber das, das, äh, Romad Schramanschi, das da unterschrieben hat, dieses Anwaltsschreiben vom Unternehmen her. Ja, also, vielleicht nochmal ganz kurz zurückgerollt für Leute, die das gar nicht wissen. Ähm, Leon Mascher wird irgendwie seit 25 Folgen, äh, Payback-Videos von Mibi auseinandergenommen in all seinen Fake-Pranks und Challenges und was auch immer. Also, und, äh, klar, äh, haarklein wird da das auseinandergenommen, was da genau nicht stimmt. Dafür werden natürlich auch, äh, Leons Videos eingeblendet. Und da hat jetzt ein Anwalt an YouTube geschrieben und hat gesagt, hier, das und das, das geht so nicht, das muss runtergenommen werden. Obwohl, obwohl Leon in der Vergangenheit gesagt hat, ja, ich nehme gar nichts runter, ich flecke hier gar nichts, das macht YouTube automatisch, bla bla. Und jetzt, und ich bin mir auch nicht so ganz klar, ob das Absicht ist oder ob das aus versehen ist, wurde das komplette Schreiben von Leons Anwalt an YouTube an Mimi weitergeleitet von YouTube. Ja, vielleicht hat YouTube ja auch langsam die Schnauze voll von diesem Ding. Also, vielleicht hat YouTube auch erkannt, dass, 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 dass Mimi einer von den Guten ist und wollen jetzt Leon irgendwie fertig machen, was weiß ich, weil die hatten ja... Aber Leon bringt mehr Klicks rein. Oder in der Vergangenheit zumindest. Also, bist du ja genau, nicht mehr. Ja. Ja, und, äh, das finde ich sehr interessant. Dann auch noch die Unterschrift von Leon drunter. Sehr witzig. Also, es ist confirmed, dass dieser Typ den da von der YouTube-Plattform weghaben will. Nee, finde ich relevant. Und würde ich auch gerne mehr von sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass nichts mehr kommt. Hm. Ja, 8-Jährige Jungs. Ich will auch wissen, was mit den thailändischen Jungs passiert ist. Ja, ich glaube, das vermischen wir auch gerade. Er hat nur gesagt, mit Thailand, in Thailand passiert ist und ein 8-Jähriger Junge, aber das kann sich ja auch überschneiden. Klar will ich auch das wissen. Ich hab das bewusst vermischt. Ach so, stimmt. Also, klickt mal bitte auf den Brennpunkt jetzt. Mhm. Ich will das natürlich auch wissen, aber es war trotzdem so ein, so ein Whacker-Move irgendwie. Ich weiß nicht. Na, was ich nicht verstehe, warum Mimi offenbar immer noch sauer ist auf Leon. Irgendwann, dass er die Paybacks halt macht aus Entertainment-Gründen. Aber irgendwie ist er so ungebändigt sauer vom Gefühl her. Ja. Es ist immer noch so, ich hab wirklich hier noch einen rein, jetzt will ich hier noch einen rein. Ja, würde mich interessieren. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass das für seine eigene geistige Gesundheit sofort Nutzen ist, wenn er da so ewig einen Groll hat. Aber vielleicht sind diese Paybacks auch alle schon fünf Jahre alt. Der hat die wahrscheinlich alle am Stück gemacht so und macht die nicht gerade, weil die kommen ja irgendwie alle zwei Tage raus. Er sagt ja auch selber, dass die auf Halde produziert sind. Ja. Naja, aber sonst schön, dass ja auch mal wieder ein YouTube-Brief ist. Ja, das ist immer schön. Ich meine, Kuchen schlägt ja jetzt seine Frau nicht mehr, auch langweilig. So, was nun? Ja. Schade. Gut. Apropos Schlagen. Maskenverweigerer schlägt Mann in Berlin zusammen. Hat mir Tino wieder geschickt. Ich glaube, dich hatte ich dazu noch nicht befragt. Ich hatte da ja so eine Meinung zu, dass das jetzt passiert. Aha, und hier an der Tanke wurde da eine erschossen. Und dann hat Tino ja sehr oft gesagt, ja, aber dann, also das passiert immer öfter und da muss man halt jetzt Angst vorhaben, so. Und ich traue mich jetzt nicht mehr, Leute anzusprechen, weil ich diese Nachrichten halt lese. Und meine Meinung ist halt einfach dazu, dass das natürlich jetzt passiert, weil vorher das Thema Maske einfach nicht existiert hat. Und jetzt ist das halt ein weiterer Grund von einer Milliarde Leute, warum andere jemanden zusammenschlagen. Und trotzdem ist es ja wahrscheinlich, ja, das ist jetzt aus der Luft gegriffen, aber ich halte es für plausibel, wahrscheinlich ist es sehr viel wahrscheinlicher, bei einem Autounfall irgendwie zu sterben oder darin verwickelt zu werden, als wegen Maskenverweigerei, bla, auf die Schnauze zu kriegen. Naja, insbesondere ist es aber unwahrscheinlicher, auf die Schnauze zu kriegen, wenn du den Maskenverweigerer gar nicht das ansprichst. Ich meine, klar, es ist halt... Ja, gut. Es hat auch eine Position. Ich sag nur, man geht ja trotzdem in ein Auto hinein. Ja, aber wahrscheinlich, ne, man muss auch die Beweggründe abwägen. Will ich jetzt wirklich mich mit dem rumboxen, so er wird es nicht raffen. Erstmal Bizeps messen und dann evaluieren. Ja, was ist mir wichtiger, dem das jetzt zu sagen, dass der eine Maske mal hochziehen soll oder mit meinem Auto von A nach B kommen und so, Risikoabwägung. Es ist ja nicht nur in die Fresse schlagen, es sind ja auch nervige Diskussionen und so. Ja, ist ja alles richtig, aber was passiert, wenn wir jetzt einen Monat lang denen gar nichts mehr sagen? Den Verweigerern und Nasenmenschen und allen. Naja, bestenfalls hat Lauterbach dann Corona schon weggekickt, ne? Ja. Ich verstehe da schon den Punkt, was ich halt am ehesten problematisch finde, ist, dass man sich von solchen Meldungen und von Leuten, die halt einen abknallen oder erstrecken lässt und Angst machen lässt, so. Von Leuten, die mich abknallen, lasse ich mich nicht einschüchtern. Das wäre ja wie, wenn ich mich einschüchtern lassen würde, keine Ahnung, die Vereinigten Staaten von Amerika zu verraten, nur weil ein Wikileaks-Gründer an die ausgeliefert wird. Hm. So ein Quatsch. Ich würde das trotzdem jedes Mal wieder tun. Elegant, Herr Roth, das ist elegant. Das nenne ich Qualitätsjournalismus. Wo war der eigentlich beim Verteidigen von Assange? Oh, habe ich jetzt die Überleitung vollendet oder was? Wie kommst du jetzt auf Assange? Ach so, weiß ich nicht. Kommst du auf den? Nee. Kommst du auf Achterhäger? Egal. Das ist doch ein Ferkel, der hat doch überall Kacke hingeschmiert. Ja. Und jetzt wird zurückgeschmiert. Also, das habe ich, glaube ich, in der Oase nicht dazu geschrieben. Es kann natürlich noch unter ganz vielen Umständen passieren, dass das Urteil, was jetzt von einem Highest Court oder High Court in England gesprochen wurde, dass Assange an die USA ausgeliefert werden darf, gesprochen wurde, dass das von einem noch höheren Court abgewendet wird. Aber ist nicht so wahrscheinlich. Und wieder so eine Art Bundesverfassungscourt? Ja. Es ist halt ein bisschen awkward, dass das irgendwie High oder Highest Court oder so heißt, aber es eins noch drüber gibt. Oder zwei, glaube ich sogar. Das ist ein bisschen albern. Egal. Auf jeden Fall heißt es jetzt, der darf ausgeliefert werden. Und was war ein Paragraf? Nicht ein Paragraf, ein Absatz hier. Oder die USA haben zugesichert, das Risiko auf Selbstmord minimieren zu können oder irgendwie sowas, ja. Mhm. Weil das ja auch bei Epstein und so in der Vergangenheit so gut funktioniert hat, dass diese Leute sich nicht einfach selbst umbringen. Und da hat Epstein nicht mal die USA verraten. Ja. Und deswegen ist das sehr interessant, was da jetzt passiert. Ach, ganz ehrlich. Ich glaube, die reden mit dem, die fragen ihn, was das sollte, dann sagt er, ja, just for the lulz. Das ist auch so. Dann wird er dann Verbot kriegen, in höheren organischen hier Beamten Sachen zu arbeiten und dann ist die Sache auch in Ordnung, glaube ich. Eine Woche Quantanamo, Schnupperkurs. Und wenn er dann halt im Gefängnis wirklich so traurig ist, dass er sich umbringt, passiert. Ja, das ist ja dann auch aber auch verständlich. Ja, schwierig. Schon dumm. Vor allem hatte ich halt echt nicht das Gefühl, dass das so groß... Also man kann die natürlich jetzt als ein Extrembeispiel nehmen, aber es ist ja trotzdem irgendwo Journalismus, egal wie extrem das jetzt war. Und dass dann da irgendwie gefühlt nicht, weiß ich nicht, alle Journalisten der Welt sich zusammenbinden und sagen, hier, irgendwie, Journalismus muss geschützt werden. Ich finde es übelst krass. Ich finde es übelst krass, dass das Thema so klein immer noch ist. Das ist immer, das ist so eine... Zehn Jahre Knast schon jetzt inzwischen. Das ist so eine Ungerechtigkeit, Mann. Also, die sind ja nicht für die kleinen Sachen sauer. Die sind ja sauer für diese, wie hieß das Ding hier, diese Collateral Murder-Sache. Ja, auch. Also, das ist meines Erachtens was, was an die Öffentlichkeit gehört und für sowas den zu verknacken, also aus Sicht von der USA würde ich es verstehen, aber das macht das nicht zu einem Rechtsstaat so. Ich weiß nicht, wie tief England in deren Arsch stecken muss, dass die da nichts machen und dass sie sich da irgendwelche Sachen aus der Nase saugen, warum es doch eine gute Idee ist, den weiter einzusperren. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, noch kann man abwarten, dass das vielleicht doch noch umgekippt wird. Deswegen ist das irgendwie erst so 95 Prozent final, aber ja. Ja, gut, aber ob er jetzt in den USA irgendwie unter Falter umgebracht wird in den nächsten paar Monaten oder den Rest seines Lebens irgendwie in London im Knast sitzt. Ich weiß nicht, was jetzt die bessere Wahl ist, also was will man tun, ne? Ja, unterwegs im Flugzeug kurz rausspringen und nochmal in irgendein Afrika oder so flüchten. Ja, stimmt, liegt auf dem Weg zwischen England und USA. Ja, das ist die klimaarme Variante, die die anfliegen. Die fliegen mit so einem Gleitflugzeug und müssen hier mit den ganzen Passatwinden und so mitgleiten, sonst kommen die nicht über uns. Die haben müssen erstmal so, wie so ein Riesengreifvogel, so ein Adler erstmal so ein bisschen auf so einem Aufwind kreisen über Afrika. Also Schwung holen. Immer höher, immer höher. Und da, stimmt, stimmt. Die werden auch mit so einem Gummi, das Flugzeug wird in so ein Gummi gespannt in England, wird dann so in die Luft geschleudert. Doch. Wir schweifen ab. Ja. Aber es ist, also das ist alles absurd, aber das ist irgendwie alles, also die Realität ist so absurd. Hast du das, ich glaube, das war ja auch in der Oase gepostet worden, das mit dem fucking Twitter-Account von Russland und der Ukraine, dass die sich gegenseitig Memes entgegen posten. Das ist alles so absurd, also was ist denn das für eine Timeline? Ich habe jetzt den Spagat weg von Assange übrigens gemacht. Schon verstanden, nur erklär kurz, was das für ein Ballspiel hin und her ist. Ja, also zurück nochmal. Satellitenaufzeichnungen haben schon vor einigen Tagen gezeigt oder einigen Wochen. Ist ja ein offenes Geheimnis, dass irgendwie Russland so ein bisschen ready ist, die Ukraine zu stürmen, dass sie da an den Grenzen Soldaten sammeln. Und dann hat die Ukraine auf ihrem offiziellen Twitter-Profil so ein Bild gepostet, Types of Headaches, das kennst du bestimmt, dieses Bild, warte, ich zeige dir einfach. Ach, das ist von, ich kenne dieses Bild, aber das ist vom offiziellen Account. Das wusste ich nicht. Ja, das ist halt alles absurd. So, und Types of Headache, also Migräne und Stress und so und Living next to Russia ist dann halt das ganze Gesicht rot, also Ballkopfschmerz. Darauf hat Russland geantwortet, hat gesagt, liebe Ukraine, Red Wine Headache, Hashtag RWH, has you confused. Und dann sagen sie, wählt eure Weine sehr sorgfältig, am besten bestellt ihr von Russlands Insel Krim. Alles auf Englisch natürlich jetzt übersetzt und so, aber, also das ist so absurd. Das ist ganz, ganz komisch. Das ist ganz komisch für mich. Ja, ich... Das sind offizielle Regierungsaccounts. Aber es sind auch nur Praktikanten, die da dran arbeiten. Wahrscheinlich, ja. Ah, doof ist Russland, ah, blöde Ukraine. Alter, stell dir das mal vor, wenn Amerika nimmt uns irgendwie Rügen weg und dann sagt ihr, hey, ihr wollt irgendwie Bier? Na dann hier unsere Hopfen, was weiß ich, wie Bier hergestellt wird. Und unsere Hopfen-Fabriken auf Rügen, probiert die doch mal aus. Das geht doch nicht. Ja. Ja. Ich muss das auch noch gerade mal so ein bisschen vergegenwärtigen. Wo führt das vor allem hin, wenn dann wirklich Krieg ist und mit 10.000 Leuten sterben, geht das dann weiter mit Memes oder wie ist das? Ja, wahrscheinlich so. Oh, habt ihr jetzt Normandie verloren? My face when I lost Normandie. Das ist richtig dumm alles. Ja. Auf der anderen Seite, ja, vielleicht wollen die sich gegenseitig auch so zeigen, dass sie keine Angst voreinander haben. Weiß ich nicht. Vielleicht sind euch die Praktikanten hier dran sitzen. Das ist der neue Stellvertreterkrieg oder der neue kalte Krieg. Wenn kalter Krieg und so Stellvertreter auf Twitter ausgefeitet wird, dann finde ich, leben wir in einer sehr guten Zeit. Ja. Dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ja. Absurd. Auf jeden Fall sehr absurd. Mich würde an dieser Stelle noch interessieren, ob die, also das Ursprungs-Meme, ob das wirklich auch der Typ, der das gepostet hat, erstellt hat oder ob der das nur irgendwo im Internet gefunden hat. Also wenn er das selber auch erstellt hat, dann ist es ja noch absurder. So, was macht der Typ vom Regierungsaccount von Ukraine den ganzen Tag? Ja, auf jeden. Ganz, ganz komisches Ding. Ich brauche mich schon wieder gegen die Grenze. Gar keinen Bock. Jetzt muss ich wieder ein Bild erstellen. Reicht mir langsam. Ja. Schön. Ich wollte vorhin das noch erwähnen. Ich hatte mir jetzt mein erstes 2G-Plus-Event gestern. Ich hatte tatsächlich noch gar keine Berührung mit Schnelltests, weil ich auf keinem Event war. Ich hatte natürlich Extreme Talk vor einem Jahr, wo wir jede Woche so getestet wurden. Und schön noch tief da ins Gehirn stecken damals. Und das war gestern mein allererstes Mal. Du warst in Gotha, erzähl kurz. Ich war in Gotha in der Skatehalle. Die haben das da auch alle ganz genau genommen, so wie ich das betrachten konnte. Wir waren dann da auch einige Leute in der relativ kleinen Halle. Aber ja, also das war jetzt nicht weiter kompliziert oder so. Also weil es ja auch immer heißt, oh ja, der Aufwand und der Aufriss. Wenn du halt deine App und deinen Ausweis parat hast, so zack, dann machst du halt den Test schnell. Das war eine Sache von zwei, drei Minuten. Das ist jetzt nicht die Unannehmlichkeit, als die sie oft, also für mich gefühlt, oft herausgestellt wird. Ja, bei Tests kannst du Glück und kannst du Pech haben, dass du rechtzeitig nicht ewig warten musst und so. Aber habe ich schon oft gemacht. Also ich habe viele Tests gemacht. Ich habe viele Schnelltests gemacht, auch in der Zeit, wo es keine Impfungen gab, so noch keine gab. Das war jetzt nicht so, ja, da kann ich dich beipflichten. Das ist nicht so schlimm. Und irgendwann kriegt man das auch raus mit dem Stab in der Nase, sodass man da locker lassen muss, bestenfalls so. Dass das dann auch nicht wehtut oder ewig du dann das Gefühl hast, noch irgendwas in der Nase zu haben. Ein Stückchen Plastik abgebrochen oder so. Vom Gefühl her, aber nur hoffentlich. Ja. Ja, also war geil. Sechs Stunden durchgeballert, Skaten, schön. Hast du auch einen Lantengap? Da ist auch ein Lantengap. Sick. Da habe ich gestern Back-to-Back mit Basti Kickflip und Varial Kickflip und Varial 360 Flips hochgemacht. Back-to-Back, weißt du? Erst ich, dann er. Geil. Quasi ab Rücken und Rücken. Ah. Was? Okay. Geil. Woche wird eine neun. Woche wird mindestens eine neun, ja. Dein erstes 2G Plus und dann noch so viel Back-to-Back. Ja. Ich hatte mein erstes 2G Plus schon vor drei Wochen, als ich im TV-Total-Studio war. Das zweite Mal in meinem Leben, kann man sagen. Oh. Was ging denn da? Na, nö, ich war bei der Aufzeichnung einfach dabei. Hab ich nicht erzählt? Nö. Ja, war schön. Hat Spaß gemacht. Aber war denn der Stefan da? Nee. Ja, siehste. Dumm. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf. Sehe ich, ja. Nein, ich fand, man muss der Sache eine Chance geben, auch mit dem neuen Moderator. Und das gucke ich gerne am Mittwoch. Deshalb komme ich immer ein bisschen zu spät zu deinem Stream, aber ... Du schaust das also jetzt jeden Mittwoch, tatsächlich. Bisher schon, ja. Na gut, ist okay. Mach du das mal. Ja, schön. Freut mich. Spiel des Jahres, wollte ich ganz kurz erwähnen, ist It Takes Two geworden. Das freut mich sehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Ich hab das Anna zum Geburtstag gekauft. Noch haben wir es nicht gespielt, weil wir auch noch ein anderes davor haben. Aber freut mich. Es ist, glaube ich, nicht so ein richtig hartes Indie-Game, soweit ich weiß. Aber es ist halt mehr so ein ... Es ist wirklich eines der besten Zwei-Spieler-Spiele der letzten Jahre, wird von allen Seiten gesagt. Gibt den Namen ein bisschen her irgendwie. Ja. Zum einen aus dem Grund, dass ich halt finde, dass diese Indie-Studios gepusht werden müssen, wenn die ganzen großen Studios immer mehr Scheiße bauen. Wir hatten ja das auch ganz kurz besprochen mit diesem neuen Ubisoft-Quartz mit den Digits und sowas. Aber das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs. EA und so ist ja seit Jahrzehnten in der Kritik. Deswegen finde ich das gut, da Indie-Games zu pushen. Und Couch-Multiplayer sind halt irgendwie nicht mehr so, oder? Wie meinst du das? Also weniger. Du meinst so, was ist ein Couch-Multiplayer? Ein Nicht-Online-Multiplayer, oder was? Ja, wo man halt nebeneinander sitzt und beide haben einen Controller in der Hand. Ey, du, ich bin so wenig im Gaming drin und davon auch so viel im Retro-Bereich, dass ich, wenn ich game, meistens Couch game. Also, wenn ich Multiplayer mache. Also, ich zock ja fast nur noch den alten Scheiß. Also, klar, ist das ein Couch? Also, was ist das überhaupt für ein Genre? Ist das von oben drauf guckt-Genre, oder Sidescrollers-Genre, oder Autorennen? Ja, Jump'n'Run. Rätsel lösen? Ja. So ein bisschen Unravel-esque? Ja. Besser oder schlechter? Ich hab's noch nicht gespielt, wie gesagt. Für welche Kansole kam das raus? PS3, 4, 5? Nee, 3 glaub ich nicht mehr. Sonst keine? Und, naja, bestimmt auch Xbox. Was weiß ich? Okay. Frag mich sowas nicht. Ja, du bist schlecht vorbereitet. Ja, auf jeden. Ja, ist trotzdem ein Couch-Multiplayer-Spiel. Und davon, weißt du, jedes zweite N64-Spiel damals war halt so, mindestens. So, und heutzutage kommt da echt wenig in die Richtung. Und das find ich gut, dass sich das vielleicht dadurch etwas dreht. Ich wollt's nur erwähnen. Jetzt haben wir da so ein Riesending draus gemacht. Und dann war ich unvorbereitet. Toll. Ja, merkst du selber. Da gibt's dir keine Mühe. Nee, cool. Coole News. Ich werde mich mit dem Thema kurz auseinandersetzen im Anschluss. Na, wenn du mit deiner Stressika mal wieder ein Spiel suchen solltest. Genau, dann wird das wahrscheinlich hier geholt. Nein. Stressi und ich, wir haben Unravel gespielt. Damals. Sie ist übrigens grad da. Kannst du mal Hallo rufen? Hallo. Hallo, hab ich vorhin schon. Aber er hat gesagt, er hat Kopfhörer auf der Spacken. Das war für den, für den Brennpunkt. Und, boah, haben wir uns gehasst? Wenn der eine es dann irgendwann mal geschafft hat, dieses komische Seil da über die Klippe zu spannen und dann musste der andere nur noch hinterher springen. Das sind die Lava und beide mussten alles nochmal machen. Das hat auf keinen Fall, das war eher so, das war nicht verbindend, sondern eher so trennend. Und da war ich, das ist auch drei Minuten so sauer aufeinander, bis das dann wieder geht. Na gut. Dann bin ich aber gespannt, was auch ein kontroverses Thema ist. Neuseeland. Wir hatten das auch in der Oase schon besprochen und das wollte ich auf jeden Fall mit reinnehmen, weil ich das sehr interessant finde, weil ich irgendwie gar nicht gedacht hätte, dass so was, irgendwas, irgendein Land machen würde. Ja, rauchen. Neuseeland hat beschlossen, dass ab jetzt, also Leute, die 2008 und jünger geboren werden, nicht rauchen dürfen oder halt nicht rauchen, kaufen, Zigaretten raucht man, kaufen dürfen. Nie. Also ihr ganzes Leben lang nicht. Um so früher oder später komplett rauchfrei zu sein im Land. Das ist schon wild. Da war ich, mein erster Gedanke war so, was bildet sich ein Staat ein, das festzulegen? Auf der anderen Seite denke ich mir so, Rauchen ist einfach ziemlich dumm. Und man macht das ja auch nur, weil, also das erste Mal rauchen ist fast jeder, also, ich glaube, jeder Raucher, den ich kenne, bereut halt jemals angefangen zu haben. Ja, ja, ja. Und wenn du das halt von vornherein unterbinden kannst, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ja, es hat halt keine positiven Effekte. Und also die positiven Effekte, die es auf dich hat, hat es ja auch nur, weil du vorher die Entzugserscheinungen hast, so. Weil du denkst, oh fuck, ich brauche jetzt eine Kippe und dann wird natürlich das befriedigt, aber wenn du das gar nicht erst hast. Warum fangen Leute mit Rauchen an? Zum Beispiel habe ich gehört, weil es Raucherpausen gibt, ganz simpel. Es gibt Raucherpausen, aber es gibt keine Nichtraucherpausen, so. Und selbst wenn es die gibt, man steht ja dann einfach nur so rum und macht nichts und steht dann halt fünf Minuten draußen rum und atmet oder weiß ich nicht. Ist doch viel besser, wenn man da irgendwas in der Hand hat, so. Ja gut. Ist das jetzt ein Vorteil? Wäre das Leben so viel schlechter, wenn das nicht gehen würde? Ja, also keine Ahnung, man macht ja auch in der Schule Pausen, ohne dann zu rauchen, weißt du? Dann steht man halt auch rum und erzählt miteinander. Vielleicht hat man da nicht so das Incentive, vor die Tür zu gehen dafür. Aber keine Ahnung, bei 15 Minuten Hofpausen geht man ja auch raus und kriegt das hin, ohne zu rauchen dabei. Das ist alles dumm. Also vielleicht, das ist halt jetzt gerade die Vorstellung, das A-Quart rauszugehen für fünf Minuten ohne Zigarette. Aber wenn einfach keiner rauchen würde, würde das von alleine passieren, weil frische Luft ist ja auch so vielleicht ganz geil. Ja, sehe ich halt genauso. Also ich kriege es ja auch hin, mit Rauchern rumzustehen, so und auch Pause zu machen oder auch mit denen, weiß ich nicht, zu reden oder so, ohne selbst zu, also es geht. Das geht, ja. Es geht, das ist möglich, glaubst du mir. Und, ja, weiß nicht. Ich glaube, das dürfte nicht nur Nichtrauchern gefallen, sondern vielleicht auch den Rauchern, die noch ihr restliches Leben brauchen dürfen und sich dann denken, okay, hätte ich mal nie angefangen. Und jetzt sehen, okay, immer weniger Leute werden anfangen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es dann so Beschaffungskriminalität gibt. Ja, ja, die gehen dann irgendwann ins Altenheim und sagen, ey, Oma, Oma, ich brauche Kippen, du darfst doch noch, hol mir mal. Aber Tabak ist halt auch nicht so geil, dass es sich dafür lohnt, das illegal sich zu holen. Ich meine, bei Gras, ich weiß es auch nicht, aber ich kann es eher mir denken, dass das durch den Rausch irgendwie sich mehr lohnt. Wenngleich wir das auch bald nicht mehr brauchen werden, da gibt es das ja auch bald illegal. Ja, illegal, da rede ich wie der Stefan, weil es den nicht mehr gibt. Nee, 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 so richtig wie Stromberg. Ach so, das habe ich nicht geguckt. Tut mir leid. Geil, also ich habe für mich noch so ein Thema, ich habe ja hier ab und zu mal über das Rocket Beans TV Circle Jog geredet und das ist gerade richtig on fire. Ich gucke da ganz gelegentlich rein, also ich folge dem nicht, sondern nur ab und zu schaue ich da halt einfach mal rein, so was geht so und finde das auch zu weiten Teilen halt echt cancerig, wie da sich an Hass hochgeschaukelt wird. Ich finde das jetzt auch, das ist natürlich auch sehr viel fundierte Kritik, die da geäußert wird, aber sich, ich sage mal da, jeden Tag reinzugucken und daran aufzugeilen, oh was hat denn der wieder scheiße gemacht und oh, dann würde ich halt lieber meine geistige Gesundheit schonen und halt einfach Rocket Beans nicht mehr schauen, wenn ich das so schlimm finde. Aber jetzt gab es einen großen Plagiatskandal und das fand ich sehr, sehr interessant. Da gibt es diesen Sandro, der schon seit Jahren gehatet wird, weil der halt einfach nicht so charismatisch ist, der macht ganz viel äh, seine Meinungen sind oft echt ein bisschen Quatsch. Lass mich raten und dieser Sandro, der hat jetzt eine Idee geklaut, der hat jetzt ein Plagiat gemacht und der geht jetzt einmal im Jahr auf die Bühne für den Rocket Beans, um da misst zu bauen. Nein, nicht ganz. Das letzte, was ich noch sagen wollte, weil dann streift es ein Thema, das du kennst, David Hain, ja, der haut ja auch ab und zu mal so Reviews zu Filmen raus, ich weiß nicht, ob du dir die anguckst. Ja, manchmal. Und dann sitzt halt der Sandro später bei Kino Plus, der Rocket Beans Variante von Kino Format und gibt halt mehr oder weniger wortwörtlich das wieder, was David Hain in seinen Videos sagt. Und das haben viele Leute schon erst mal merkwürdig gefunden. Jetzt stellt sich aber raus, dass er auch von offiziellen Texten einfach, also andere Leute, die halt über Filme schreiben eins zu eins, diese Texte kopiert und als seine eigenen ausgibt. Zum einen für seine Sendungen, also Bada Binge zum Beispiel, da geht es um Serien, da stehen dann auch seine Zusammenfassungen, die er halt fast eins zu eins von anderen Seiten kopiert hat dort. Und auch tatsächlich hat er für Inside Games geschrieben, bezahlt, ja, also einen Artikel geschrieben auf dieser Seite und hat für diesen Artikel auch zusammengeklaut. Und das ist eine absolute Katastrophe, wie das gerade gehandelt wird. Alles, was in dem offiziellen Rocket Beans Forum dazu geschrieben wird, wird direkt gelöscht, weil das jetzt intern geklärt werden soll. Darf es darüber keine Diskussion geben. Und das ist irgendwie wie so, also wir haben hier gerade so einen Politiker-Putsch-Skandal, die Zeitungen dürfen darüber nicht berichten, weil wir klären das gerade intern. So ungefähr wirkt das. Na, berichten wird man ja dürfen, aber das interne Forum ist vielleicht nicht der Platz dafür, aber was ich mir mehr frage, Clown ist die eine Sache, keine Ahnung, bei nicht so bekannten Leuten, wie es zum Beispiel Ski-In macht, aber wenn man direkt bei einem der größten Lichter an diesem Himmel, wie David Hine das übernimmt, das ist ja klar, dass das jeder merkt. Ja, ja. Naja, das Allerdreisteste ist ja, dass er, wie gesagt, in Kino Plus manchmal sitzt, zusammen mit einer, wie heißt sie, Wessel mit Nachnamen, ich weiß gerade den Vornamen nicht. Äh, die Dame hat halt auch so einen Block. Das heißt, selbst bei seiner Kollegin hat er schon Texte geklaut. Und das große Ding, warum das so ein Skandal ist, dass da halt alles gerade nicht zugelassen wird, ist, dass es ein Ursprungsding gab, wo gesagt wurde, hier, guck mal, Plagiat. Und dann hieß es, oh Mist, dann hat er sich entschuldigt und jetzt akzeptiert das mal so und die Sache ist jetzt, das Fass wird jetzt nicht weiter aufgemacht so und während das aber geschrieben wurde, wurde im Hintergrund schon tausend andere Sachen rausgeholt, die dadurch sich entwickelt haben, dass halt Leute danach gesucht haben und viel mehr ans Tag ist lichtbefördert wurde so. Und das darf halt jetzt da nicht besprochen werden. Und was für mich eigentlich der Hauptwitz daran ist, dass dieses, dieses Fass zumachen wurde jetzt zu so einem geflügelten Wort und alles ist voller Wortspiele mit Fassen. Unfassbar und so. Ach so. So hart wie dieses Fass zu ist, dieses Fass. Und da musste ich an uns denken, dieses Fass, das hat keinen Boden. Das ist jetzt nur noch eine Röhre. Ja doch, das Fass mit den acht, ja okay doch, ja. Aber das finde ich immer witzig, wenn sowas dann zermiebt wird. Auf der einen Seite jemand, der so voll ernst ist und sagt, ey lass das Thema mal, wir müssen es intern klären und an der anderen Seite der Community sich denkt, ey Leute, das wird jetzt richtig schön zerwitzelt. Ja. Jetzt habe ich hier auch mein Interieur zerwitzelt gerade. Egal. Kann man hier von einem Barbra Streisand-Effekt sprechen? Durchaus, ja. Ah ja. Die Ruf ist natürlich jetzt laut dieser eh schon unbeliebten Person. Direkt die Kündigung auf den Tisch zu legen und man bunkelt das ja auch durch Connections, weil seine Tante da gearbeitet hat, überhaupt reingekommen ist. Aber das ist alles egal. Ich finde es nur witzig gerade. Nicht, man sollte nicht aus einem bekannten Spielemagazin gekündigt werden, weil man sonst eine noch viel bessere Karriere macht. Das stimmt wohl, ja. Also lieber drin behalten, der kann jetzt Hausmeister machen oder so. Ja. Da kann er sich bei anderen Spielemagazinen abgucken, wie die den Flur fegen. Ja. Oh, Alter. Meine Nase, die juckt gerade. Ich sage es, wie es ist. Aber die fünf Minuten ziehe ich hier schon noch durch. Wir haben, glaube ich, noch zehn, aber ja. Naja, wir müssen ja dann die Woche zusammenfassen. Das stimmt, das Intro und das Outro. Ja, ja, doch, doch. Das ist schon wichtig. Gut. Dann haben wir hier noch so eine Sache. Ja. Ich weiß nicht, ob unsere Meinungen da eventuell auseinander gehen. Du meinst, ob sie divagieren? Ja. Da gab es wieder so eine große Studie von renommierten Wissenschaftlern über Trickle-Down-Economics. Das wollte ich hier nur nochmal einwerfen, weil ich ja hier so ein Kämpfer für die Armen bin. Hast du die Studie gelesen? Nee. Oh, okay. Ich habe den Artikel über die Studie gelesen. Ich habe mir die Studie halt noch nicht angesehen. Deshalb kann ich, ich habe nur, ich habe noch weniger gelesen, ich habe nur die Headline gelesen, dass ein Bild von Elon Musk drunter war. Aber ich schon so denke, ja, muss man sich mal genauer angucken, ob das zusammenpasst. Weil er ist ein schlechtes Beispiel meines Erachtens. Aber gut, ich weiß nicht, was drüber steht. Er ist halt da als aktuell wahrscheinlich gerade mal wieder reichster Mensch der Welt. Ja. Kannst du vielleicht Trickle-Down-Economics nochmal ganz kurz zusammenfassen? Na, das ist halt so ein typisches, ich sage mal so ein, auch so ein republikanischer Talking Point, dass man die Ultra-Reichen entlasten muss. Dass sie so wenig Steuern zahlen wie möglich und dass dann dieser Reichtum runter trickelt auf die ganzen anderen. Und das ist jetzt eine große Studie, die eigentlich regelmäßig gemacht wird, der World Inequality Report, der das nochmal eindeutig widerlegt, dass das halt so nicht funktioniert. Ja, vielleicht funktioniert es nicht ausnahmslos. Ich habe dir ja das Gegenbeispiel von Mainz geschickt. Ja, aber das sind ja dann auch keine, also das ist ja dann nicht im großen Rahmen. So, weißt du? Wie wärst du? Oder was meinst du? Ja. Also im großen Rahmen wie fern? Also ich finde, eine Stadt, die gegebenenfalls schuldenfrei wird, oder wie meinst du im großen Rahmen? Dass alle Armen jetzt... Ne, 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 das ist ja, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber also Mainz ist durch jetzt gutes Schaffen aus der Schuldenfalle, weil ich jetzt schon aus den Schulden raus ankomme. Gutes Schaffen wegen Biontech halt, ne? Ja, ja, aber also ich meine jetzt als Beispiel, ist es ja ein Unterschied, ob du bedingungsloses Grundeinkommen in einer Stadt machst oder halt in einem ganzen Land oder gar weltweit. Ach so, darum geht es dir. Also ich finde, alles entwickelt sich darin hin, dass es früher oder später BGE gibt, deshalb bin ich da absolut nicht dagegen. Auf der anderen Seite, ähm, gab es das nicht auch vor zwei oder drei Wochen, dass irgendwie wieder ein Newsblatt behauptet hat, Elon Musk müsste zwei Prozent seines Einkommens spenden und der Welthunger wäre beendet. Er hat einfach nur geschrieben, ja, wenn du mir sagst, wie es geht, würde ich es tun. Ne, das ist aber falsch zitiert irgendwie. Ich hab's nicht mehr ganz in Erinnerung. Dass das helfen würde, aber nicht, dass es irgendwie instant alles lösen würde. Das wurde halt von irgendwelchen nicht ganz so seriösen Quellen dann halt instant als catchy Headline genommen, aber das ist natürlich so nicht ganz, nicht ganz wahr. Ja, okay, fair. Das ist jetzt in beiden Punkten halt Halbwissen von mir. Also schlau wär's, wenn ich mir die Studie durchlesen würde, hab ich an der Stelle nicht gemacht. Aber können wir einem Hörerwunsch, wenn jemand sagt, hier, sie sollen die Studie mal auseinandernehmen, dann kann man das gern machen. Ich wäre eine, ich bin eine wirtschaftsliberale Meinung. Okay. Ja, dann habe ich das jetzt hier zumindest nochmal erwähnt. Gut, schön. Ja, also das Ding ist ja auch, also die Frage ist ja auch, wie es investet wird so. Weißt du, nur weil jetzt irgendwie Facebook oder wer auch immer übelst viel mehr Einnahmen hat, beziehungsweise weniger Ausgaben oder halt weniger Steuern, heißt das ja nicht, weißt du, dann stecken die das irgendwie in Werbung oder was auch immer klar, dann kriegen die Leute, die irgendwie diese Werbung machen, ein Stück davon ab, theoretisch. Aber das hilft ja dann den ganzen Leuten nichts, die irgendwie vor einer brennenden Tonne stehen müssen. Ja, das ist wahr, so sind die ganz Großen, da sagt ja auch keiner was dagegen, dass die ein bisschen mehr abgeben sollten. Schön. Ja, also diese Kritik an höheren Steuern geht ja eher an so mittelständische bis quasi Neureiche, die daran gehindert werden, weiter zu wachsen und gegebenenfalls dadurch noch mehr Steuern zu zahlen. Aber wie viel da dran ist, das kann ich halt auch nicht genau sagen. Da wäre genau diese Studie mal recht interessant. Ja, ich finde auch, dass da, glaube ich, viel was mit dieser falschen Wahrnehmung zu tun hat. Also 40 Prozent Steuern, gerade in Amerika ist das auch, das checkt dann immer keiner, dass du dann nicht von deinem gesamten Einkommen 40 Prozent abgibst, sondern halt, wenn du über eine Grenze bist, dann das 40 Prozent versteuert wird. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Ja, ja, ist es. Aber selbst dann kann man sagen, okay, ich kann dadurch 40 Prozent weniger neu investieren und dadurch geht mir natürlich Wachstum verloren. Ich könnte schneller wachsen, wenn ich es nicht versteuern müsste. Das ist halt genau der Punkt. Wie gesagt, interessante Studie sicherlich, müsste ich mal reinlegen. Wäre halt interessant, einfach mal Wachstum nicht unbedingt nur monetär zu messen, sondern an Glückseligkeit der Mitarbeiter oder was auch immer. Ja, ja, aber Steuern werden ja auch monetär gemessen. Ja, ist gut. Und nicht an Glücklichkeit der Staatsregierung mal probieren. Könnte man auch mal probieren. Ja, na gut. Aber gut, in Amerika ist auch nochmal eine andere Sache. Habe ich auch noch so eine geile Übersicht. Das ist ein guter Gedanke. Stell dir mal vor, du müsstest weniger Steuern zahlen, wenn deine Mitarbeiter glücklicher sind. Ja, zum Beispiel. Fände ich fair. Ich meine, klar, wie will man das messen und so. Nachher erpresst man die dann, dass die so voll die gute Wertung abgeben. Da wird es aber so. Der Gedanke für sich ist ja schon interessant. Das ist eh erstmal Theorie. Wie man das umsetzt, ist die Frage. Also ich weiß auch nicht, ob die ganzen Nestlé-Mitarbeiter, also ob die alle denken, oh scheiße, so ein Assi-Verein, aber ich muss halt meine Familie ernähren. Oder ob dir das scheißegal ist. Das kann ich auch nicht beurteilen. Ja, teils, teils. Ich denke, manche werden da einfach blind machen. Andere werden sagen, okay, mir geht's auch schlecht, ne? Ja. Ja, du hast She-En noch erwähnt. Ich würde es zumindest ganz kurz hier nochmal reinhauen. Da gab es so zwei Videos von Simplicissimus, die ich mir trotz der Sprecherstimme gegeben habe. Was stößt du dich eigentlich an dieser Sprecherstimme so sehr? Naja, es ist ein bisschen ein Meme geworden. Ich finde es jetzt nicht so überragend scheiße. Aber ja, doch, ein bisschen nervig schon. Der spricht halt immer so, der klingt halt nichts gegen den. Ja, das ist bestimmt ein ganz netter Typ und er macht gute Videos. Aber der sagt ja auch von sich selber, dass sie einen Sprecher suchen, weil er es halt nicht so kann. Und der klingt halt zum einen wie ein 15-jähriger Junge und zum anderen wie jemand, der alles so ganz besonders cool darstellen möchte. Und das ist für mich irgendwie echt schwierig anzuhören. Okay. Gut. Dann kann ich das nicht 100% nachvollziehen, aber es ist wahrscheinlich so. Weil ich finde ja als Sprecher eigentlich auch ganz okay. Ich glaube auch, dieses emotionale Coole ist ja da, um es in meiner Hand mitzureißen, um zu sagen, das ist wirklich scheiße. Ja. Ja, egal. Die haben auf jeden Fall über so einen Mode, über ein Modelabel geredet. Mit Ultra Fast Fashion sind die groß geworden. Das ist mir alles komplett neu gewesen. Mhm. Noch komplett zuwider. Ja, also bin ich wahrscheinlich auch komplett raus, weil ich da einfach in dieser ganzen YouTube-Bubble nie war von Mode und Beauty, bla. Aber das ist ja schon abartig. Also keine Ahnung. Also diese Videos teilweise, wo dann irgendwelche Influencer so Boxen mit 100 verschiedenen Klamotten bekommen. Boah, alles mit so viel Plastik, ich weiß nicht. Ja, alles Polyester. Gibt ja ein geiles Lid zu. Und das ziehst du halt nie an, Alter. Ich packe meinen Biomüll in Pappschachteln, weil ich nicht mit einer neuen Tüte anfangen will. So denke ich mir, so Plastik sparen, dann sehe ich halt sowas. Und das kommt alles so tonnenweise wieder in den Müll. Das wird produziert, um in den Müll zu kommen. Und dann wird es von irgendwelchen zwölf Stunden arbeitenden Ein-Euro-Jobbern, wenn überhaupt, da irgendwie einen fernen West-Ost sonst wo, weiß ich nicht, produziert. Und dann, wenn du halt wirklich ein Kleid für sieben Euro hattest, das nicht gebraucht ist, wirst du da nicht stutzig. Ja. Und das ist das, was ich am krassesten finde, ist halt dieses, jeden Tag oder jeden Tag ein Outfit finde ich schon krass, aber das mehrmals am Tag zu wechseln, das Outfit. So, ich meine, du hast zum Beispiel, solange ich dich kenne, immer dasselbe Outfit. Ja. Weil sie es hemmt schwarze Hose, oder? Ja. Also ich habe mittlerweile auch ein paar T-Shirts, wo irgendein Aufdruck drauf ist, aber wenige. So, ich finde das so krass. Und das sind meistens geschenkte Sachen. Dieses TikTok-eske und wir sind, und selbst wenn die jeden Tag ein neues Outfit haben, diese Leute, die da so drauf sind, das ist für mich ein Einheitsbrei-Mensch. Also du weißt, die man so in Fußgängerzonen von Großstädten trifft. Mhm. Ja. Das ist mir völlig zuwider. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das auch einfach nur seltsam. Sehr seltsam und sehr, sehr, mir ist es sehr, sehr zuwider. Schön, dass wir uns da einig sind. Gut. Ist okay, ich merke schon, du willst nicht drüber reden, weil wir nur noch eine Minute und ein paar Sekunden haben. Ja, ja, komm. Wirk mich ruhig ab. Ich wollte noch zu einem anderen Video ganz kurz überleiten, was wir nämlich auch beide gesehen haben und auch beide gut fanden, nämlich von Ultralativ, oder? War das das, wo du auch gesagt hast, das ist ja gut, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ein Stichwort bräuchte ich. Ich glaube schon. Nein, Ultralativ hat irgendwie ein Jahr lang YouTube-Kanäle durch so einen Algorithmus gejagt. Ja, das ist übelst geil. Ja, wie die untereinander in Beziehungen stehen und halt wie close sie quasi zueinander sind. Und da hat sich so eine eindeutige Grafik, die ist jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, Tagesshow, in irgendeinem seriösen Medium war das aufgegriffen worden. Stimmt. Ja, aufgefasst wurde. Und man sieht da halt, dass diese ganzen Querdenker-Schwurbler komplett nicht innerhalb der Gesellschaft passieren, sondern so eine richtig schöne Echokammer ganz weit außen haben in diesem Netzwerk an YouTube-Influencern. Genau, da wurde so ein Graf gebaut mit Leuten, die sich gegenseitig abonnieren. Und wer sich häufiger und mehr Abonnenten untereinander hat, der war enger zusammen. Und allein dieser, das ist dieser, ich sag mal, Algorithmus, der das macht, das ist schon so ein bisschen wissenschaftlich und so. Und das könnte halt echt schon von so einer Publikation abstammen. Also von einer seriösen. Aber es ist halt ein YouTube-Video. Also es hat mir richtig gut gefallen, dass er das auch so erklärt und dargestellt hat. Und ja, wie du sagst, es gibt dann so eine Bubble mit Nicht-Deutschsprachigen, dann so eine Bubble mit Deutschsprachigen und da so ein bisschen To-Go drin ist und kurzgesagt und so. Und dann gibt es halt noch eine mit diesen ganzen, ich weiß gar nicht, wie die Kanäle heißen. So, denke nach, wache auf. Alternative Medien. Und ja, es sind komplett die Filterblasen. Es arbeitet das sehr, sehr gut hervor und es könnte halt wirklich so in der wissenschaftlichen Zeitschrift stehen. Ja. Da wirst du ja auch als Konsument einfach hin und her geschickt, auch in den Telegram-Gruppen, wenn die sich da gegenseitig die Nachrichten vorwarten. Tschüss. Okay, bitte. Was geben wir jetzt der Woche? Sag doch deinen Satz, bitte. Ja, nein, in den Telegram-Gruppen werden ja auch permanent so Nachrichten geforwardet von anderen Gruppen, weißt du. Du wirst ja herumgereicht als Nutzer und bleibst natürlich immer nur in diesen Kreisen. Aber meinst du, wenn das mit der Aufklärungsarbeit so weitergeht, raffen die Leute, dass das mit den Filterblasen so ist? Lauterbach macht die jetzt tot alle. Oh, okay. Das geht ganz schnell. Okay, ich bleibe gespannt. Gut. Ja. Also, ja, also, ja. Das war eine Woche, sag ich mal. Also die Ernennung der neuen Regierung war zwar nicht überraschend, aber es war erheiternd und schön. Zumindest aus jetzigem Standpunkt. In dem Jahr lachen wir da wieder drüber, wie damals, als Thilo gesagt hat, Corona ist nur eine Grippe. Mhm. Aber jetzt würde ich sagen, das ist schön und das macht es schon so ein bisschen 8-esk. Echt, ja? Naja. Also für mich ist dieses Twitter-Beefen zwischen zwei Weltnationen auf jeden Fall ein großes Ding und natürlich Assange. Ansonsten war es jetzt nicht so spektakulär. Also auf ein 8 würde ich nicht gehen, weil, wie gesagt, erwartbar mit der Regierung, aber 7,5, da kann ich mit leben. 7,5 kannst du jetzt leben? Ja. Okay. Schickst du mir noch diese Grafik, wo diese ganze, die hochauflösende Grafik von diesem riesen Netzwerk von Filterblubble? Äh, ich glaube nicht, dass ich da eine Grafik habe, aber ja. Okay. Sag mal, dieser Basti, mit dem du da Back-to-Back geflippt hast, ist das sein Song? Wie, sein Song? Der gerade läuft. Ach so, ja, das ist sein Song. Ey, der ist ja cool. Der ist richtig gut und so. Laut. Tschüss. Ach so, ja, das sollten wir noch sagen. Tschüss. Das Grüße an Tino. Ja, auf jeden Fall. Grüße an Tino. roar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017